Heute wird es richtig spannend, denn heute zeige ich dir unsere exakte Roadmap zu über eine Million Jahresumsatz und das alleine über LinkedIn. Hintergrund ist, dass wir in den letzten drei Jahren um die eine Million Umsatz gemacht haben und das hauptsächlich über LinkedIn. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr und das hatte tatsächlich weniger was mit LinkedIn zu tun, sondern eher, dass wir zu spät realisiert haben, dass wir Sales technisch noch ein bisschen aufholen dürfen. Und insofern, wenn du fit bist, vertrieblich und Leute abgeschlossen bekommst, die vor dir sitzen, dann wirst du mit dieser Folge extrem viel Spaß haben. Denn eine Sache habe ich über die Jahre beobachtet, dass man typischerweise drei Phasen durchläuft, um über LinkedIn erfolgreich zu skalieren. Und das Verrückte daran ist, dass eigentlich nur Phase 1 auf LinkedIn so richtig stattfindet, Phase 2 und Phase 3 auch außerhalb davon stattfinden. Und das Coole daran ist, dass wir mittlerweile unseren Kunden bei allen drei Phasen helfen können, und nicht nur bei LinkedIn. Und wie diese Roadmap ganz genau aussieht, das werde ich dir jetzt in dieser Folge verraten. Wenn du also große Ziele hast und mit deinem Unternehmen erfolgreich wachsen willst, dann sieh dir unbedingt diese Folge bis zum Ende an. Wir sind auf dem besten Weg zu 10.000 YouTube-Abonnenten und das wäre wirklich ein gigantischer Meilenstein für mich. Und wenn noch nicht geschehen, würde ich mich daher immens freuen, wenn du meinen Kanal kurz abonnierst. Wir springen direkt in die Roadmap rein und ich kann dir nur eine Sache sagen vorab. Ich wünschte, ich hätte diese Roadmap vor drei oder vier Jahren gehabt. Denn mit dieser Klarheit wirklich zu starten auf LinkedIn ist natürlich ein extremer Vorteil. Und das bedeutet, das beobachten wir auch aktuell in der Zusammenarbeit mit Kunden, dass das, was wir häufig in drei Jahren gelernt haben und umgesetzt haben, unsere Kunden plötzlich in sechs oder in zwölf Monaten umsetzen. Und das ist natürlich eine krasse Abkürzung. Und insofern, lass uns direkt reinspringen. Schritt Nummer eins ist immer der Aufbau von dem sogenannten Inbound-LinkedIn-Profil. Idee dahinter ist, dass wirklich Interessenten innerhalb von Millisekunden verstehen, was du eigentlich ganz genau tust, was dein Versprechen ist und vor allem du auch genug Neugierde wächst, dass die Leute bei dir eine Anfrage stellen. Und ich muss sagen, in den letzten Monaten habe ich wirklich hunderte von LinkedIn-Profilen gesehen und ich bin immer noch erschüttert darüber, dass ich bei den meisten Leuten wirklich nicht verstehe, was sie tun und man gar nicht daran denken könnte, dass man irgendwie eine Anfrage stellen will. Und das ist auch der große Vergleich, den ich immer wieder ziehe, wie viel Zeit und auch tausende von Euros die Leute in ihre eigene Webseite stecken und ihr LinkedIn-Profil wirklich vernachlässigen. Wenn du nur annähernd so viel Zeit da reinstecken würdest in dein LinkedIn-Profil wie in deine Webseite, dann kann das schon ein extremer Hebel sein. Wir haben es immer wieder, dass Kunden wirklich ihr Profil umbauen, gemeinsam mit uns, dann neue Leute hinzufügen und schon am nächsten Tag die erste Kundenanfrage haben, weil die Leute plötzlich verstehen, was sie tun und Neugierde geweckt wird. Schritt Nummer zwei ist dann, den Fokus auf Reichweite zu legen. Und man hört natürlich immer wieder, Reichweite ist nicht alles. Wir haben aber wirklich beobachtet, dass es eine unglaublich gute Möglichkeit ist, sehr schnell seinen Namen in die Welt zu bekommen und darüber natürlich Vertrauen aufzubauen. Weil, machen wir uns nichts vor, gerade in der B2B-Welt, Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Und wenn die Leute immer wieder dein Gesicht im Feed auch sehen und du zehntausende Menschen erreichst und auch Leute aus deiner Zielgruppe erreichst, dann kannst du dir vorstellen, was in wenigen Wochen passiert. Du baust unabhängig von deiner Zeit wahnsinnig viel Vertrauen auf und das zeigt sich dann auch ganz schnell, dass sich Leute bei dir melden oder sich auch auf ein Gespräch mit dir einlassen. Dritter Punkt, der in Phase 1 zu meistern gilt, ist wirklich sympathisch, Termine zu vereinbaren. Und hier spricht man häufig von Social Selling, dass man wirklich diese Kombination aus Content macht und dann ein System hat, um die Leute sympathisch in Termine zu bekommen. Das gliedert sich typischerweise in drei Phasen, haben wir beobachtet. In Phase 1 geht es wirklich darum, die Leute kennenzulernen und das Gespräch zu eröffnen. Und hier machen häufig die Leute schon den Fehler, dass sie da direkt pitchen. Man könnte es nicht falscher machen, aber man kann es auch richtig machen. In Phase 2 geht es dann darum, wirklich in eine Konversation zu kommen und auch dafür haben wir zahlreiche Strategien und Templates entwickelt. Und in Phase 3 versuchen wir dann, die Leute zu konvertieren. Und dieses System kann man wirklich sympathisch aufbauen, auch wenn man jeden Tag irgendwie schlechte Nachrichten in seiner Inbox hat. Dieses System macht richtig Spaß. Was passiert, wenn man das richtig umsetzt? Im Best Case kriegst du natürlich deine Reichweite nach oben. Das führt dazu, dass mehr Leute auf dein Profil kommen, dass du darüber auch die ersten Anfragen bekommst. Und wenn du dieses Nachrichtenspiel wirklich perfektionierst, kannst du darüber locker vier bis zwölf Termine pro Woche vereinbaren. Natürlich nicht im ersten Monat. Das ist auch eine Übungssache. Da typischerweise kriegst du vielleicht ein bis drei Termine pro Woche hin. Natürlich auch immer abhängig von, wie viel Zeit du reinsteckst und auch in welcher Branche du unterwegs bist. Aber das ist immer so der erste Meilenstein, dass man wirklich dieses Conversion-Content-System aufbaut, dass man richtig guten Content macht und den über Nachrichten konvertiert. Das Coole daran ist, gerade als Gründer, dass das natürlich relativ zeitintensiv ist, dass wenn man dieses Nachrichtensystem auch von uns hat, dass man das an den Mitarbeiter oder einen Freelancer abgeben kann. Aber auch da entwickeln wir immer am Anfang, wirklich setzen wir dieses System auf, bis es funktioniert. Und dann setzen wir jemanden dahinter, der es wirklich weiter machen kann. Das bedeutet, das kannst du komplett abgeben. Gleiches Spiel gilt natürlich für den Content, dass du da auch jemanden aus deinem Team hier schnappen kannst oder einen Copywriter suchen kannst und auch da raus bist. Aber man muss wirklich sagen, diese erste Phase ist so die ressourcenintensivste Phase, ist aber auch so das absolute Fundament, weil man wirklich verlässlich seine Termine Woche für Woche dafür bekommt. Ein schönes Beispiel war wirklich bei Daniel Wittmann, wo wir den Fokus direkt auf virale LinkedIn-Posts gelegt haben. Und wir haben seine Reichweite auch auf über 500.000 Ansichten pro Jahr hinbekommen. Und das wirklich mit einer Handvoll von Posts, die wir gemeinsam gebrainstormt haben. Und alleine Dennis hat nur diese Phase 1 gemeinsam mit uns umgesetzt. Und das hat zu über 108.000 in Angeboten geführt und 48.000 Euro Umsatz. Und das war cool zu sehen, welche Power dahinter steckt, wenn man das richtig umsetzt. Und wie gesagt, das ist immer der erste Schritt. Das bedeutet, in Phase 1 bauen wir Vertrauen auf durch Content und vereinbaren wirklich manuell, sympathisch Termine jede Woche mit Interessenten. Und ich habe das mal zusammengefasst. Die großen drei Schlüssel sind wirklich das Inbound-LinkedIn-Profil, Reichweite durch Story-Content und Termine durch ein Nachrichtensystem. Und typischerweise braucht man wirklich ein bis drei Monate, bis dieses System sich so eingespielt hat und man wirklich verlässlich und stabil jede Woche seine Termine darüber bekommt. Problem daran ist, es ist viel manuelle Arbeit. Du musst wirklich jemanden haben intern, der dir das abnimmt. Ansonsten sitzt du verdammt viel davor. Du wirst noch nicht genug Kundenanfragen haben über dein Content, weil das ist wirklich etwas, was sich auch über die Zeit erst aufbaut und worin man auch richtig gut werden muss. Und das bedeutet, das hält dich wirklich davon ab, weiter zu wachsen. Also wie gesagt, das ist so das erste Fundament. Nächste Phase, Phase Nummer 2. Und das ist tatsächlich auch das, wo wir zum Beispiel viele andere LinkedIn-Berater hinter uns lassen, weil die meisten dir nur Phase 1 beibringen. Und das hat auch völlig seine Legitimation. Da ist relativ viel Umsatz auch da. Darüber kann man auch seine Termine bekommen. Aber gerade, wenn du wirklich große Ziele hast und auch mit deinem Unternehmen skalieren willst, dann wird dieses Format und Phase 1 nicht reichen. Was wir gefunden haben, ist, dass häufig ein LinkedIn-Lead-Magnet reicht. Und hier muss man wirklich sagen, es kommen immer wieder Kunden zu uns, die sagen, hey Robert, ich habe schon ein Lead-Magnet. Dann frage ich immer, wie viele Leute laden das organisch jeden Monat runter. Und wenn da unter 100 als Antwort kommt, ist es halt kein guter Lead-Magnet. Und wir haben über die Zeit eine Formel gefunden, wie man wirklich den perfekten Lead-Magnet entwickelt, der einem mehr oder weniger aus den Händen gerissen wird. Und ich durfte das auch das erste Mal erleben über unsere LinkedIn-Algorithmus-Checkliste, die wir durch diesen Prozess rausbekommen haben und wirklich dann angefangen haben, in einen simplen Lead-Prozess zu überführen. Das bedeutet, wir haben eine Landingpage gebaut, wo sich die Leute die Algorithmus-Checkliste runterladen können. Dort geben sie ihre Telefonnummer an. Dann kommt ein Pitch auf den Termin auf der nächsten Seite. Das bedeutet, man sagt, hey, die Algorithmus-Checkliste ist auf dem Weg zu dir. Dort, wenn man die richtige Formel hat, kann man direkt auf einen Telefonat pitchen. Das führt zur Kalenderseite und das führt schon zur ersten Anfrage. Fragen und auch bestenfalls Kunden. Und was wir dann machen, ist wirklich maximale Promotion einfach organisch. Das bedeutet, wir schreiben regelmäßig Poster zu und packen das natürlich auch in das LinkedIn-Profil rein. Das Coole daran ist, dass es halt nochmal ganz andere Leads sind, als zum Beispiel bei der Kaltakquise, weil diese Leute schon mal erstes Interesse gezeigt haben, weil sie sich das Ding runterladen und anfangen auch in deine Welt kommen. Und das Coole daran ist natürlich, dass wir, wenn wir diesen Lead-Magnet haben, auch relativ zügig Werbeanzeigen schalten können und gerade bei der Algorithmus-Checkliste hatten wir wirklich Opt-ins für unter 5 Euro, was ich selten im B2B-Bereich gesehen habe, aber weil wir einfach eine Formel gefunden haben, diese Lead-Magnet zu bauen und zu finden, das hat dafür gesorgt, dass das richtig Spaß macht. Und du siehst hier, in den letzten zwei Monaten haben sich über 1000 Leute dafür eingetragen, mit einer Conversion-Rate auf der Landingpage von fast 50 Prozent. Rein organisch, ich würde sagen, ich habe nicht mal 1000 Euro Werbebudget pro Monat da drauf geschmissen, weil es einfach organisch schon zu genug Leads geführt hat. Und das war wirklich einer der Hauptprozesse, warum wir auch so viele Anfragen bekommen haben, weil wir da auf den Termin gepitcht haben und die Leute sich die Termine gebucht haben und wir wirklich einen Großteil der 500 Kundenanfragen auch über diesen Prozess bekommen haben. Das Coole daran ist, dass dieser Prozess halt wirklich einmal aufgesetzt ist und dann für dich arbeitet. Genau das Gleiche haben wir auch mit Daniel Bittmann gemacht und der hat auch in sechs Monaten über 500 Leads darüber generiert. War auch so krass, welche Power hinter LinkedIn steckt. Und das Coole daran ist, dass man wirklich in Phase 2 möglichst viele Inbound-Leads sammelt, die man dann auch wirklich alle anrufen kann und da liegt wirklich verdammt viel Geld. Und darüber kann man die Leute dann qualifizieren, gucken, wie man helfen kann. Aber das Coole ist daran, an diesem Lead-Prozess, dass der einmal aufgesetzt ist und dann ist der sozusagen fein. Dann kann man noch vielleicht einen Split-Test pro Woche machen mit einer halben Stunde, wo man nochmal neue Bilder, Titel testet. Aber ansonsten kann man da nicht viel machen und das Ding bringt dir jede Woche neue Leads. Und das Einzige, was du machen musst, ist wirklich mit deinem Content diesen Prozess regelmäßig zu füttern. Wir haben zum Beispiel gemacht, dass wir alle zwei Wochen dann einen Post gemacht haben zu der Algorithmus-Checkliste und wussten, hey, das bringt ordentlich Leute in unsere Welt. Und das ist dann Phase 2. Da wirklich perfekten LinkedIn-Lead-Magnet und da tatsächlich habe ich so viele Kunden schon begleitet, die alle schon Lead-Magnets hatten, aber die konnten wir alle vergessen, weil es bei LinkedIn halt nochmal ein bisschen ein anderes Spiel ist und wir da auch eine andere Formel nutzen als sonst. Dann bauen wir diesen systematischen Lead-Prozess auf und wenn dann Zeit, der Budget da ist, skalieren wir das Ganze. Und das ist der Fokus wirklich der drei bis sechs Monate. Und hier verlassen wir auch typischerweise wirklich den Bereich, wo andere Beratungsunternehmen dir bei dem Thema helfen können. Wie gesagt, die beschäftigen sich mehr mit Phase 1 und das ist halt das Coole, dass wir wirklich auch Erfahrungen in Online-Marketing und Funnel-Aufbau haben und deshalb auch in Phase 2 unsere Kunden extrem gut dabei helfen können. Was ist jetzt das Problem an diesem Thema? Man muss noch relativ viel auch die Leute proaktiv angehen, man hat aber schon mal ganz andere Leute. Das muss man wirklich sagen, das ist ein großer Hebel da dran. Alle Leute, die sich auch bei uns die Algorithmus-Checkliste runtergeladen haben, sind richtig coole Leute. In dem Lead-Magnet pitchen wir natürlich auch und das führt natürlich auch zu seienlichem Termin. Viele Leads sind aber noch relativ kalt. Also wenn sich jemand mal so was von dir runtergeladen hat, dann sind die noch relativ kalt. Manche gucken gar nicht rein, dafür haben wir aber auch so E-Mails entwickelt, dass die Leute auch wirklich in der Lead-Magnet reingucken. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie Vertrauen aufbauen und das bestenfalls auch unabhängig von unserer Zeit, sodass sich wärmere Leute melden. Und das führt uns zu Phase 3 und da dreht sich alles um einen skalierbaren Vortrag. Das bedeutet wirklich einen Vortrag, den wir perfektionieren. Einen Fachvortrag, auch wirklich wo die Leute 15 bis 30 Minuten dir zuhören, du häufig eine Case-Study vorstellst und wenn du dann weißt, wie du am Ende pitchst, ist es wirklich dieses eine Training, was dein gesamtes Unternehmen skalieren kann. Das Coole ist, dass ich über 100 Live-Trainings in den letzten Jahren gemacht habe und ganz genau weiß, wie das Ding auszusehen hat, ein Template dafür gebaut hat und wir auch in der Zusammenarbeit wirklich uns alle Vorträge angucken. Du musst das natürlich nicht irgendwie vor Ort halten, sondern digital. Ich nutze bloß gerne diesen Begriff Vortrag, weil einfach du das Ding auch vor Menschen irgendwo auf einer Messe, auf einer Veranstaltung halten könntest und es nicht irgendwelche komischen, schleimigen Webinar-Formulierungen oder so nutzt, weil das war wirklich das Letzte, was ich machen wollte. Dann kommt ein ganz wichtiger Schritt und zwar Schritt Nummer 9 ist, dass wir ein LinkedIn-Event machen. Dort können wir 1000 Leute einladen und können so einen ersten Skalierungstest machen. Da kriegen wir zum einen den perfekten Titel raus und vor allem müssen wir dafür sorgen, dass dieser Vortrag auch konvertiert und das ist auch der gängigste Fehler, dass Leute so einen Vortrag oder ein Webinar bauen, aufzeichnen, online schalten, 3000 Euro Werbeanzeigen draufschießen und nichts passiert, außer dass sie 3000 Euro versenkt haben, weil sie diesen Skalierungstest nicht gemacht haben und das bedeutet, mit unseren Kunden machen wir immer zwei, dreimal das Ding live, bis das wirklich stabil zu Anfragen führt und zu Terminen führt und natürlich auch zu Kunden und dann schnappen wir uns erst die Aufzeichnung und das Coole ist, dass man wirklich so den Speedtest machen kann mit LinkedIn-Events, weil du einfach so viele Leute einladen kannst und dann haben wir so einen 10-Tage-Promotion-Plan zusätzlich entwickelt, wie du wirklich möglichst viele Leute dort reinbekommst. Und wenn du die Aufzeichnung hast, die funktioniert, dann launchen wir unseren Vortrags-Funnel und das ist wirklich auch so unser Steckenpferd. Wir haben alle Tests gemacht, wie man wirklich, welcher Funnel am besten funktioniert. Die meisten Leute schießen ja wirklich ihre Werbeanzeigen direkt auf die Homepage und aus meiner Sicht kann man nicht mehr Geld versenken als das. Das Coole daran ist, dass man relativ viele Registrierungen bekommt, viele Leads bekommen, auch da wieder natürlich nach der Telefonnummer fragen kann, die man alle angehen kann, auch jemanden hinsetzen kann, der die Leute alle anruft und dann wirklich diese Aufzeichnung für dich arbeitet. Und auch da skalieren wir das Ganze dann über LinkedIn Ads und dann kann man wirklich die Abwägung machen, ob man regelmäßig den Lead Magnet spielt oder ob man die Aufzeichnung von deinem Vortrag spielt im organischen Content. Aber das ist der Schlüssel, um dann wirklich zu skalieren. Also man schickt niemals die Werbeanzeigen irgendwie auf die Homepage, keine Chance, das profitabel hinzubekommen, aber mit so einem Vortrag funktioniert. Und das war auch der Schlüssel, wie wir wirklich unsere Werbeanzeigen erfolgreich skalieren konnten, weil ich wusste, immer wenn ich 1.000 Euro reinschmeiße, kriegen wir irgendwie einen Kunden für 3.000 oder 4.000 Euro zurück. Und das war auch der Schlüssel, warum wir jeden Monat dann mehr ausgeben konnten. Und das hat dann jede Woche auch zu qualifizierten Anfragen geführt. Das Coole war, die hatten alle diesen Vortrag schon gesehen, wussten, was wir tun, hatten ein Gefühl dafür, was sie auch in der Zusammenarbeit erwarten können. Und das macht natürlich richtig Spaß und liefert wahrscheinlich die andere Hälfte der Anfragen. Das Coole daran ist, dass die halt viel, viel wärmer sind. Man muss aber auch sagen, dass diesen Apparat zu bauen deutlich mehr dazu gehört. Das ist etwas, was ich über 3, 4, 5 Jahre gelernt habe in den letzten Jahren und ich mich freue, wirklich auch Kunden in 6 Monaten teilweise dabei helfen zu können, diesen Vortragsfunnel gesamt aufzubauen. Aber selbst Daniel Bittmann, den alten Profi, durfte ich da noch was erzählen, weil der hatte genau das gemacht, dass er als Agentur wirklich die Werbeanzeigen direkt auf die Homepage geschickt hat. Und ich meinte, Daniel, ich würde die mal in den Vortragsfunnel schicken. Hat das geswitcht und hat jetzt wirklich 10 Mal mehr Leads bei gleichem Adspend. Und wenn wir gerade über Marketingeffizienz sprechen, war er auch so, Robert, krass, wir kriegen ja wirklich, vorher habe ich nur direkte Terminbuchungen bekommen auf der Webseite und jetzt kriege ich ja Eintragungen für mein Training und wenn 10 Mal reicht, ich kann wirklich auf 20 Leute, die sich für ein Training anmelden, hast du wahrscheinlich eine Kalenderbuchung, so 5% Conversion. Und der war so, krass, wir haben ja unser Umsatzpotenzial wirklich verzehnfacht und das war cool zu sehen, welcher Hebel da liegt. Das Beste aus meiner Sicht an diesen drei Phasen insgesamt ist, dass du dahinter kein gigantisches Sales Team brauchst, weil du wirklich immer mehr Leads hast. Du brauchst eigentlich einen Setter, also jemand, der die Termine vereinbart, bestenfalls über diese ganzen Wegen und jemand, der abschließen kann. Es kann auch am Anfang natürlich eine Person ohne Problem sein. Du brauchst keine Ads-Agentur so richtig, weil wirklich dieser Vortragsfunnel, wenn er gut funktioniert, einen Großteil der Arbeit übernimmt. Kalterquise kannst du natürlich als zusätzlichen Kanal machen, aber du wirst schnell merken, dass diese drei Phasen und diese Lead-Prozesse und Funnels verdammt viel Spaß machen. Es ist eine coole Kombination zu Vorträgen und Messen, will niemanden abhalten, das nicht zu tun. Und du brauchst diese Content-Maschine nicht auf allen Plattformen auszurollen, sondern wirklich, du integrierst auch den Vortragsfunnel und den Lead-Magnet wirklich auf den Plattformen, auf denen du bist und funnelst alles da rein und kannst so auch über dein Netzwerk und die Empfehlungen wachsen. Das bedeutet, in Phase 3 perfektionieren wir einen digitalen Vortrag, um darüber wirklich planbar Kundenanfragen und Kunden zu gewinnen und zu skalieren. Und das war wirklich auch der Schlüssel, um auf über eine Million zu skalieren, dass wir diesen einen Vortrag perfektioniert haben, der uns dann stabil Termine gebracht hat. Um das Ganze nochmal auf einer Seite zusammenzufassen, sind es aus meiner Sicht diese drei Phasen. Und wirklich, du hast Phase 1 ein bis drei Monate, Phase 2 drei bis sechs Monate und Phase 3 sechs bis zwölf Monate. Und das ist auch der Grund, warum wir mit vielen Kunden wirklich gerne zwölf Monate zusammenarbeiten, weil wir dann diesen gesamten Prozess begleiten können. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns von vielen anderen Anbietern unterscheidet, weil die meisten sich wirklich auf Phase 1 konzentrieren, weil das auch immer das Fundament ist. Aber gerade bei Phase 2 und Phase 3 muss man halt relativ viel Ahnung haben von Funnels, man muss Ahnung haben von Werbeanzeigen und man muss Ahnung haben von Webinaren. Und genau das haben wir in den letzten Jahren absolut perfektioniert. Ganz wichtig, wenn du als Gründer jetzt auch die Abkürzung nehmen willst für LinkedIn, um darüber mehr Reichweite anfragen und vor allem auch zahlende Kunden zu gewinnen, wie Daniel Bitmon, dann lass uns unverbindlich sprechen. Wir bieten Gründern immer ein kostenfreies LinkedIn Audit an, wo wir uns ganz genau anschauen, was du heute schon auf LinkedIn tust, was funktioniert, was nicht funktioniert und identifizieren wirklich die größten Engpässe, die dich heute davon abhalten, darüber wirklich Anfragen und Kunden zu gewinnen. Und auf der Grundlage entwickeln wir dann eine individuelle Roadmap für dich für die nächsten drei bis sechs Monate und zeigen dir ganz genau, wie wir dich dabei unterstützen können, LinkedIn so schnell wie möglich als Lead-Kanal für dich aufzubauen. Wenn alles passt, stellen wir dir am Ende des Audits auch eine Zusammenarbeit vor und wie die Konditionen wirklich aussehen, wie wir dich unterstützen können. Wenn sich das nach dir anhört und du wirklich Bock hast auf LinkedIn Gas zu geben, dann lass uns wie gesagt unverbindlich gerne sprechen. Alle Details dazu findest du auf leadersmedia.de Buch dir dort gerne einen Termin und lass uns schauen, wo es heute noch bei dir auf LinkedIn klemmt und dann freue ich mich von dir zu hören. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.